Ich suche nur noch die nächste Folge von League of Legends Minions haben spawned Warum müssen die immer meine Jungle Route abfacken? Tut mir leid, aber es ist schlimm Ernsthaft Riven, warum? Da will ich gleich hin Mann, es ist doch in jedem Games, wenn die Top-Den-Ingen geht Ah, egal, wir gucken was das wird Erstmal löchen, wir spielen wieder Rek'Sai Und guck mal wie es läuft Das letzte Rek'Sai gehen wir gut Und ich werde vermehrt Rek'Sai spielen, wenn es auch wieder im Jungle Will wohl meinen neuer Jungle Mane, hoff ich Weil es einfach nützlich ist Das kleine Monster Gehen wir schon, okay Eventuell kann ich hier gerade mal vorbei Eigentlich will ich nur vorbeikommen, danke Denn obenrum bringt es nichts Und ich habe nicht genug Gold Und ich bin Level 3 gekommen durch die Minions So So Darf ich mich schon mal wieder einen näher? Horn Back Denn mit dem Backgehen kriege ich was Tolles Nämlich Mein Jungle Item Plus den Watt-Lehrer Plus den Watt-on-Health-Options Und go So läuft das Denke ich Dann ab zum Backpuff Okay Ich sollte die Sounds wieder ein bisschen lauter stellen für mich Also mit meinen Boxen Und dann gucken wir mal Games ist sehr neutral Cutter gewinnt, wenn sie Ignite drauf spielten Cutter hat die Oberhanden erhütet, das ist nicht gut Eigentlich müsste die Energy sowas hinweg schruddeln Oh, soll ich lauter stellen? Ups, das war laut So, jetzt, da geht's Wow Nice Ja, okay Hat sich gelohnt, weil sie hat 100 Gold mehr gekriegt Wladimir Top, kann ich viel machen Rhythm Counter darf Wladimir So Ja, Top Ganken ist grad nicht so einfach Top Ganken ist grad wirklich nicht so einfach Okay Okay, ist gemacht Eventuell kann ich hier Ich weiß nicht, das ist so schlau Naja, ich mach ein bisschen Angst Oh Ping ping Was ist da los? Gut Gut Die hat grad ihren Jump raus gehauen und da hab ich gedacht, perfekt zum reingehen Gut Gut Gut, also Midlane ist schon mal vorne Oh, Schatz Äh, ja, gut, Annie ist tot Da kann ich auch nichts Kann ich nicht mehr helfen Das war nicht so gut grade Gut Ich weiß nicht, ich versuche mal ein bisschen mich hoch zu heilen Ich versuche ein bisschen vermehrt jetzt gleich zu ganken Botlin ist aber auch wieder gepusht Nicht gut Gut Ich mach dir mal die Krabbe und dann guck ich euch Botlin kommen Oh, ich sollte jetzt schon runter gehen Egal Egal War gut War gut Das hat grad einfach gepasst Neee Nächster Assist geholt Dat war gut Oh, schon war das da Nicht gut Nicht gut Kommt die Annie kommst du Blubuff Dann komm auch bei Annie Der kloppt nicht sonst Okay So, also bevor ich jetzt wieder weggegangen bin Zwei Assists Und Ah, ich hab noch einen können machen Shit Hab ich Ulti schon? Ne, hab ich nicht Hab ich nicht Aber Redbuff oben wird gleich wieder spawnen Ah, Minute Und da kann die unten lang gehen Da kann die unten lang gehen Und da kann ich noch mal Bot ganken Ich hab Ulti Ähm Und da kann ich noch mal Bot ganken Da ist ein Wort Ich wusste Ich ähm Geh mal hier drüber What? Kann ich hier nicht? Alter! Ich kann nicht hier durchgehen Ich kann nicht in das Kack-Portal gehen Soll das ein Witz sein? What? Also ich konnte da nicht durchgehen Einfach weil, äh Vielleicht ist der Dragon zu fett gewesen oder so Aber Fuck Hat nicht funktioniert Okay Okay Ja, ich geh ja gleich top Ich hab unscheiß Turret gemacht Na gut Die Shyvana kommt eventuell gleich vorbei Habe ich meinen eigenen Wort hier nochmal für verwendet Alter Ich muss weg Ich ult mich aber gleich wieder zurück Unfassbar, dass ich auch nicht durchgekommen bin Fuck Kann ich mit dir ganken? Ja, lass die mal ihren Jump erst verwenden Boah, stirbt die doch Boah, die überlebt noch Das ist keine Shyvanae hier Doch der Ass Habe ich mal raus geflasht, bin direkt unter die, dass ich so hochknocken konnte direkt drunter geflasht, keine Gnade, keine Gnade, ich habe das Q nicht raus, äh, ja, Q nicht rausbekommen Naja, es ist halt nur die Astrid gegen Vianna, aber Astrid ist Level 6 Alles vergessen Die Borschen wieder da, habe ich nicht gesehen Die Ulti war daneben, Annie Jo, Annie Da gebe ich mal schön das ganze Zeug und so Ich glaube, die Riffen hat auch ein bisschen Probleme, ne? Also es geht, aber Huch Da sind drei Leute gewesen Riffen, hör ab Oh nein Da Haha Sorry Ich habe auch nicht drauf geachtet, dass die Drakes sind Das ist einfach gerade so witzig Ähm, ich hole mir den Cleaver hier Wamm, wamm, wamm Wamm, wamm 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 Ja, nutzlose Cutter ist aber auch gut Ja, die hängen halt rum Egal Sekunde Sekunde Da muss ich ganz kurz antworten Aber ein bisschen durch den Jungle durch, sollte ich trotzdem einmal clearen immer wieder Das darf ich nicht vernachlässigen Go Riffen Go, go Riffen Go Riffen Go Riffen Go, go Riffen Das war jetzt einfach nur Pech Ja, Shyvana hat, äh, zu viele Kills Aber ich komme gegen die auch nicht an Shyvana ist zu heavy Kann ich trotzdem Ja, ich kann trotzdem Da wäre ich nur weggekommen Wenn ich gleich geultet hätte, weiß ich nicht, ob das gegangen wäre Ah, ich hätte sie smiten können, ne? Ja, es war besser am Anfang Die Cutter hat trotz allem noch Kills gekriegt, ist nicht gut Ich habe mir das Gefühl, äh, zurückzufallen, wenn ich den Jungle nicht cleare Ich weiß gerade nicht, wo die steht Ja Ja Ich habe die Leona gekriegt, war okay Oh, das war jetzt falsche Item Ähm, das aber Das war jetzt Und das Äh, ne, Q, 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 O, D, Q Ja, hier, komm, Cutter kriegtest du auch Resets Das funktioniert auf Dauer nicht Die Shyvana sind da zu stoppen jetzt Ach ja Einfach mal gucken Ja, das Problem ist einfach, Riven muss ahead gehen oben, oder es wird nix Deswegen, Riven ist eigentlich viel zur Vladimir-Counter, aber Tja Ich bin von Riven nicht so begeistert für Ranked Games Normal, ja, aber ist egal Ranked Tunnel nicht auf der Karte, es darf nicht sein Ich glaube, hier stehen ein paar viele Wards Ich will da eigentlich nicht irgendwie engagen, oder so Wir brauchen eine Riven Wir brauchen eine Riven Und ihr habt Teleport Euer ernsthaft Riven 720 hab ich noch Jetzt stand ich aber drin Und, ja Ne, ich hab nix Ich brauch schon ein nice TP Riven Ernsthaft, das war jetzt Das war jetzt echt nicht so Ne, ne Ne, ne Serendermaner nicht Das Early Game lief Einwandfrei Das Early Game lief Zucker Das Early Game lief Zucker Aber jetzt einfach alle zu gefeedet Das war ein Riven, aber die brauch ich Ich glaub die Annie ist nicht so, also den Tibbers drin hat sie Naja Hätte ich vorhin den Tibbers getroffen, wäre die Cutter Easy flöten gegangen, aber die hat so übel Skills aufgeholt Ne, vergesessen Ich kann die ganze Zeit poken, was soll ich das machen? Boah Gott Ich kann die ganze Zeit poken, was soll ich das machen? Also mehr tanken kann ich nicht Naja, tanken geht nicht Das ist schon hart, kämpfen haben wir mit Der Annie hat uns ja, Annie hat ruhig benutzt Die Annie muss mehr Annie sein und reinhauen Shyvana ist nicht tot zu kriegen halt Aber die sollte, die sollte eigentlich tot zu kriegen sein So viel hat die noch nicht Ich hoffe, dass das Late Game für uns spricht später Ist mein Ding schon wieder getriggert? Oh, das können wir auf keinen Fall machen Das sieht nicht gut aus, hier das ganze Game Das sieht nicht gut aus, hier das ganze Game Sieht gar nicht gut aus, ich bin halt der einzige Tank Weißt du was, ich hole mir den jetzt einfach Ich weiß, es ist halt nützlich für die ganzen Tunnel Mobilität und so Rhythm, da sind 5 Leute Oh Gott, nein, 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 da wollte ich gar nicht hin Ja, das kannst du vergessen, das ist Das kannst du vergessen, die rennen nur zu 5 rum Und das schaffen wir so halt nicht Sobald eine Rhythm behind ist, es kann nichts mehr machen Gar nichts mehr machen Das ist rum Also Early Game habe ich aber richtig Gas gegeben Das ist die Mitte verloren, das hätte nicht sein müssen Das hätte so ein Easy Game werden können Ich habe da Kills besorgt am Anfang Vielleicht wird es noch irgendwas, aber Sieht überhaupt nicht gut aus Sieht überhaupt nicht gut aus Ich weiß nicht, was wir machen sollen Die haben halt Leona, Blood, Lana, Tank Die haben halt noch nicht Das kannst du vergessen Obwohl, ja, das ist nicht schlecht gewesen Oh, verdammt Natürlich macht die Shyvana einen Höllenschaden Natürlich macht die Shyvana einen Höllenschaden Kann ich das noch nicht machen Außer denken Ja, es ist vorbei Und die haben Byron Und ja, ich baue die Titanic Hydra Beziehungsweise als Damage-Item Weil das Problem ist Ganz Tank bringe ich auch nichts Bisschen Damage brauche ich Bisschen Damage brauche ich Wenn ich surrenne, aber auch so geht es nicht Abwarten Ich kann meine Leistung ständig Punkte verlieren Das könnte ich jetzt so auch nicht deffen Oh Gott Ich kann mich mal weggeben Ich weiß nicht, da kann ich es nicht machen Ich weiß nicht, da kann ich es nicht machen Ich weiß nicht, da kann ich es nicht leid Ich finde diese Ja, das ist nicht leid Wir können ruhig Ende machen Rhythmtop war nicht so Passend Trotz allem, auch wenn es ein Vladimir war Dann wäre es das gewesen Für diese Runde, wir sehen uns im nächsten Tschüss